Und ein herzliches Willkommen mit mir, hier der Stefan, bei der Villa von Science of Sinners. Wir spielen The Walking Dead. Genau das gleiche wie in der ersten Woche, glaube ich. Ich kann es euch gar nicht genau versprechen, wann welches Video kommt. Meine Hände sind ein bisschen cringe. Somit werde ich kurz das umdrehen. Oh, die Welle fängt gleich an. Jalla, 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 bibi. Okay, zack. Habe ich nicht fangen können. Oh, das ist eine Wunde. Okay, ich wollte mir jetzt ganz gerne die gleiche Waffe mir kurz holen, wie beim letzten Mal. Och, ehrlich jetzt. Ehrlich jetzt. So, zack, zack. Die Welle kann ruhig beginnen. Ich warte auf euch. Ich glaube, wir haben alle Spaß. Und ihr wisst, wenn ihr mehr von diesem Projekt sehen wollt, zeigt es mir mit einer netten Bewertung. Und ihr werdet so viel von Sides auf Sinner sehen, wie ihr wollt. Nicht in der ersten Runde schon verkacken. Also darauf habe ich kommen. Bei der letzten Runde bin ich bis zur zweiten Runde gekommen und dann leider nicht mal zu der dritten mehr. Wir machen das alles ein bisschen im Schnelllauf. Weil ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit zu sterben. Aber das war auch ein dummer Tod beim letzten Mal. Also da konnte man echt ein bisschen was Besseres machen. Also die machen wir jetzt auch weg. So, ups, bitte aus dem Köpfchen. Ey, darauf habe ich jetzt aber keinen Bock. Mein Gott, ey. Ich glaube, ihre Nase ist weg, aber das kann uns erstmal egal sein. Wiii, oah. Das gefällt mir, das gefällt mir, das gefällt mir, meine Freunde. Wo ist der nächste Zombie? Ach, da sind sie. Warum sind sie heute so hässlich? So hässlich? Ah, Junge, Junge, Junge. Probleme, immer Probleme. Warum sind sie auch so hässlich? Ah, und warum sind sie so hässlich? Und da sind auch noch welche. Aber heute kriege ich einen Bungenusspunkt. Ah, das erste Mal bieten, meine Lieber. Nein, bitte ihren Kopf zermatschen. Oh, ich glaube, sie leben nicht mehr. Oh, Mann. Ja, gut. Ja, ja, ich weiß. Anstrengende Sache, aber... Wiii. Okay. Äh. Ich hole mir ganz gerne das. Also, das wäre Sneaker. Das tun wir dein. Ich moment noch mal den. Also, den für den Notfall war echt nice. Muss ich ehrlich sagen. Ja, die Bowl 13 getötet. Ja, es kann alles besser werden. Und bei der nächsten Runde werde ich nochmal mit einem Weapon anfangen. Aber wir werden jede Runde bestimmt besser. Da bin ich sehr überzeugt. So, jetzt... Mein Ziel ist jetzt, die Köpfe nach Köpfe wieder abzujagen. Ich gehe einen Schritt zurück. Ja, das war schon ein Minuspunkt. Das war ein Plus-Rund. Oho. So. Ach, das war nur ein Arm. Boah. Dann machen wir das so. Ich habe darauf jetzt auch keinen Bock, du kleine... Du hast mir meine Bonus-Runde hier versaut. Also, es war geplant eigentlich, jetzt alle Köpfe abzuschlagen. Aber nein, sie hat es schon wieder verkackt. Somit haben wir es verkackt. Darauf habe ich jetzt auch keinen Bock. Wenn es mal passt, dann werde ich euch die Köpfe abbauen. Ha! Perfekt! Darf ich hier den Kopf? Kommt da irgendwo noch jemand? Okay, ich hoffe... ...kriegt seinen Kopf. Was? Wie? Ach. Ach. Da steht noch einer. Ja, meine Freunde, es tut mir leid. Um nichts zu verpassen. Kommentieren, liken und abonnieren. Aber wir haben ein D, A, B, C, D. Ha!